... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Maragin, sie ist mein Befehl zu widersetzen. Oh, mein, ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jede hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur ein festigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es auf ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Und die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Sprecherinnen ich bin, Wasse mal.